Gaps. Wie kannst du sie nutzen? Was bedeuten Gaps? Was haben Gaps für Auswirkungen? Das erfährst du in diesem Video. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute haben wir ein ganz, ganz spannendes Thema und zwar Gaps. Was ist überhaupt ein Gap? Ein Gap entsteht, wenn ein Markt schließt und wieder öffnet und wir zu einem anderen Preis eröffnen, zu dem wir geschlossen haben. Wie kommt das überhaupt zustande? Das heißt, es werden, wenn wir jetzt hier schließen, hier unten ist der Markt zu. Und normalerweise wäre ja eigentlich logisch, der Markt macht hier wieder an derselben Stelle auf, wie wir geschlossen haben. Das ist aber nicht der Fall, da es passiert irgendwas in der Welt. Sagen wir mal einen Terroranschlag. Boom, was passiert dann? Alle sind in Panik. Das heißt, es werden Verkaufsaufträge an die Börse geschickt von diversen Leuten. Es können Aktien sein, es können direkt im Futures sein, es können Optionen egal was sein. Und was passiert dann? Die ganzen Sachen werden schon mal gesammelt, die dann quasi zur Eröffnung ausgeführt werden. Und wenn dann aber so viel Volumen reinkommt, dass der Markt keine Käufer findet, oder das neuer Preis berechnet wird, was der neue Eröffnungspreis ist, boom, spike der Markt hier hoch und ihr seht, der Markt eröffnet. Wir sehen auch direkt, dass wir zur Eröffnung übermäßig, verhältnismäßig extrem viel Volumen hatten für die eine Kerze. Und wir sind direkt mit dem Gap eröffnet, der Markt ist hier eröffnet, wir sind ein schönes Stück hochgelaufen und jetzt hat der Markt das Ganze wieder korrigiert. Wir haben jetzt sogar in dem Fall das Gap komplett korrigiert. Das heißt, wir haben ein sogenanntes Gap Close, weil das geschlossen wurde, weil der Markt jetzt zurückgelaufen ist und sich ausgeglichen hat, um somit das Gap geschlossen hat. Wie können wir das Ganze denn nutzen? Wichtig ist, wenn es ein Gap gibt, so wie hier, ihr dürft nicht einfach Gap Close traden. Das ist eine Katastrophe, macht das nicht genauso. Wenn wir das Gap erreichen, tradet nicht einfach wahllos long. Sowas funktioniert nicht, macht sowas nicht. Aber, was man machen kann, ist, man kann schauen, was macht der Markt denn danach und wie verhält er sich mit dem Open-Kurs. Das heißt, wir sehen, wir haben kein neues hochgebildet. Das heißt, hier oben wäre es interessant gewesen für einen Short. Können wir den Open-Kurs wieder erreichen, wir spiken ein kurzes Stück zurück und wir sehen, dass wir hier im V-Web gehalten werden, dann wäre es auch okay für einen Short. So kann man das Ganze traden. Hier haben wir nochmal eine Chance bekommen, dann ist der Markt letztendlich runtergelaufen. So kann man Gaps traden und nutzen. Aber nicht einfach wahllos in Gaps rein traden. Und natürlich, ihr müsst mal schauen, das ist halt deutsche Zeit 0 Uhr nachts. Das heißt, ihr müsst auch am PC sein, ihr müsst die Geduld haben und die Konzentration haben, hier vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde oder zwei Stunden auf den Trade zu warten. Das heißt, Gap Trading oder Overnight Trading ist sehr anstrengend, weil man natürlich weniger Liquidität, Volumen und Bewegungen hat und somit länger warten muss. Aber dafür hat man auch weniger Marktrauschen, weniger gefischt und alles Vor- und Nachteile. Möchtet ihr mal eine Live-Session von mir sehen, wie ich Overnight trade? Dann schreibt es gerne in die Kommentare und ich lade euch was dazu hoch. Das war es schon mit dem Video zum Thema Gaps. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Sculptrader. 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 Untertitelung des ZDF, 2020